Hallo! Warum filmst du? Nach einem Gesamtpunktestand von 2 zu 0 haben alle damit gerechnet, der nächste Prank wird von Revinzeit durchgeführt werden. Aber so ist es nicht. Denn der nächste Prank wird von mir durchgeführt werden, damit es 3 zu 0 steht und ich alleiniger Weltmeister im Pranken bin. Hallo Revi, ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten paar Minuten. Hi! Was geht ab, meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video! Oh, so ne miiio! Ich glaube, ich werde immer bekloppt, juhu! Freunde, heute gibt es einen neuen Prank, yeah! Alle Leute feiern, yeah! Leute, das Ding ist, ihr wisst, es steht 2 zu 0 für mich gegen Revi und das Problem ist, also sein Problem ist, er hat mir den Schlüssel gar nicht abgenommen letztens, dass ich in sein Büro komme. Und noch besser ist, dass Revi bis Sonntag mit Jody weg ist. Das heißt, ich bin jetzt eine komplette Woche bis Sonntag allein und ja, Freunde, jetzt passiert was Lustiges. Da bei uns hier oben die Heizung kaputt ist seit einer Woche, ich erfriere hier oben, hier sind vielleicht 18 Grad drin, es ist arschkalt. Ihr seht vielleicht, ich musste mir schon hier so Kerzen hinstellen jeden Tag, damit ich hier überhaupt leben kann, weil es ist wirklich unfassbar kalt. Aber, Freunde, ich habe mir gedacht, Revis Büro gehört jetzt einfach mir. Ich werde jetzt gleich meine ganzen Sachen auseinanderbauen von meinem PC und werde einfach in Revis Büro ziehen. Wir rufen ihn dann bei FaceTime an und fragen ihn, wie er es so findet, denn irgendwie muss ich ja schon aufnehmen können, ohne dass ich erfriere. Freunde, das wird ziemlich lustig. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze erstmal ab, dann gehen wir runter. Ich verstehe immer noch nicht, warum er mir den Schlüssel nicht weggenommen hat, aber der gehört jetzt mir. Den kriegst du nie wieder, du... Gut, ich würde sagen, wir bauen erstmal den ganzen Kram ab und dann gehen wir runter und bauen alles auf und ich habe noch ein paar andere Überraschungen für ihn. Es gibt nichts, was ich mehr hasse, als dieses ganze PC-Kram auseinanderbauen und wieder zusammenstecken, weil ich immer nie weiß, wo welcher Stecker reinkommt, weil ich einfach ein bisschen dumm bin. Aber, das ganze Zeug müssen wir jetzt erstmal runterbringen. Ey, dann noch die Softboxen, dann nochmal ein Mikro, den Stuhl, nee, den Stuhl hat er, glaube ich, unten. Ey, hier sieht's aus, überall Staub, da sieht man erstmal, was für eine dreckige, ja, Gestalt ich bin. Ich würde sagen, ich bring das erstmal runter und dann sehen wir uns gleich wieder. Bester Prank EU-West, dein Büro gehört jetzt mir. So, Freunde, ich bin im Fahrstuhl mit dem ganzen Zeug, fahr jetzt in den Keller, los, fahr doch los. Jetzt fährt er los. Ja, wunderbar, ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht einfach im Fahrstuhl alles aufbauen und im Fahrstuhl aufnehme, aber mache ich nicht. Wir sind jetzt da. Hier ist die geheime Tür, ihr kennt sie schon. Da ist mein ganzes Zeug. Und, oh, und, ach so, oh Gott, nee, ich habe den Schlüssel vergessen. Ich habe den Schlüssel vergessen. Okay, ich nehme uns hoch. So, jetzt wird aufgemacht, das gute Haus. Hä? Der schließt den zweimal zu, sage mal. So, guten Morgen. Licht, wie ging das? Wald. LED, Neon, Audio. Oh, Audio habe ich angemacht. Keine Ahnung. Aha. 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 Guten Morgen, Sebastian. Freunde, wir haben nämlich hier noch einen Tisch und ich glaube, den nehme ich erstmal und ich habe mir gedacht, ich stelle den vielleicht da so hin, dass ich halt die Wand als Hintergrund habe und, ja, mit dem Schild habe ich auch noch gleich was geplant, was richtig dumm ist und ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal den Tisch da hin und hole erstmal die, nee, erstmal holen wir die ganzen Sachen rein. Oh Gott. Kann diese Tür nicht einfach irgendwie mal aufbleiben? Wie geht das denn? Ja. So, ich habe die Sachen erstmal hier drin, jetzt den Tisch freiräumen. Ey, ich habe das Gefühl, ich ziehe um. Ich ziehe ja auch um, aber ey, das strengt so an. Egal. Weiter geht's. Das Büro gehört mir. Irgendwann später. So, Freunde. Nach 100 Jahren habe ich es auch mal geschafft. Ich habe alles aufgebaut. Man sieht es vielleicht. Die Bildschirme, die laufen. Mein neuer Arbeitsbereich. Aber das stört mich irgendwie ein bisschen. Aber bevor ich das ändere, muss ich noch schnell die Softboxen von oben holen. Ja, hier werde ich jetzt die ganze Woche sitzen. Da sitzt der eigentlich. Aber das ist jetzt mein Büro, deswegen der wird so ausflippen. Freunde, ich würde sagen, ich hole erstmal die Softboxen. So, Softboxen sind da, Freunde. Meine neue Aufnahmeecke. Dieser Tisch ist so klein, aber es wird schon passen. Aber jetzt muss ich erstmal dieses Schild, ja, da muss irgendwas geändert werden. Lasst, ah, gib mir mal ganz kurz fünf Minuten. Bis gleich. So, Freunde, wollt ihr es sehen, wie kreativ ich bin? Okay. Richtig schlecht. Ist egal. Das ist mein neues Büro. Ist es nicht wundervoll? Neuer Arbeitsplatz. Den da hinten, den werden wir vergessen. Es gehört jetzt dem da. Mo. Und, ja, Freunde, ich werde jetzt versuchen, Rewi zu erreichen irgendwie. Wenn nicht, müssen wir ihm einfach mal schreiben und ein Foto schicken oder ein Video. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube, der wird ausslippen, weil ist halt sein Büro, ne. Ich glaube, der hat Angst, dass ich hier irgendwas Verbotenes mache, aber ich würde sagen, versuchen wir ihn mal irgendwie zu erreichen. So, Freunde, wir rufen den guten Sebastian jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, wie man FaceTime macht. Wie geht FaceTime? Hä? Okay, gut. Hallo. 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 Ich lege direkt wieder auf. Warum filmst du schon wieder? Ich lege sofort wieder auf. Hallo. Hallo. Warum filmst du? Weißt du, wo ich bin? Im scheiß Space, ja. Ja, in welchem Büro? Also, in meinem oder in deinem? Momo. Also, warte mal. Guck mal. Och, Junge. Und, ähm, also, ich wollte nur sagen, du weißt ja, warte, du weißt ja, die Heizung ist kaputt, ne, oben. Mhm. Es ist echt sehr kalt. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, dein Büro gehört jetzt einfach mir. Bist du behindert, Alter? Also, ich habe jetzt... Ich habe schon in mir, hör mal auf. Du bist ja eh bis Sonntag weg. Ja, Digga, du kannst doch nicht einfach bei mir jetzt einziehen, Alter. Nein. Doch, es ist echt arschkalt oben und ich muss jetzt aufnehmen. Du kannst doch nicht bleiben, Digga, verpiss dich mal, Alter. Nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Geht gar nicht klar. Geht nicht klar. Geil, oder? Nee, ist nicht geil. Das ist scheiße, Junge. Also, eigentlich wollte ich das Schild komplett abbauen, aber ich habe es gelassen. Digga, du kannst das nicht mal. Bist du behindert? Du kannst doch nicht da dranhängen, Alter. das, ja, das brennt, ne, das brennt. Also, ich bin jetzt bis Sonntag in deinem Büro, weil es hier ist schön warm. hör mal zu. Erstens, erstens, wenn du bis Sonntag da drin bleibst, dann habe ich folgende Antwort über dich. Erstens, du saugst einmal das ganze Zimmer, wenn du rausgehst und legst den Boden. Ja. Dann nutzt du so wenig Strom, wie es nur geht, Energie sparen, Digga, das heißt, du machst alle Lampen aus, außer deine Softboxen und die Heizung steht maximal auf drei. Ja, die habe ich ausgemacht, hier ist es schön warm. Du bist so ein kleines Arschloch, bist du. Okay, ich freue mich sehr. Du wirst schon sehen, Digga, ich hatte gerade ein Gespräch mit deinem Steuerberater, Junge, ich hoffe, dass du richtig viel nachzahlen musst, dass du das Gefängnis bekommst. Es steht, es steht 3,0, oh, er hat aufgelegt. 3,0, yeah, 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 Freunde, ja, ich glaube, ihm gefällt es. Ich glaube, der ist gar nicht ganz so böse, weil es ist echt arschkalt oben, die Heizung ist kaputt, hier unten ist es schön warm. Ich werde jetzt bis sonnlich hier unten sein, das heißt, ihr werdet in den Videos immer mal einen anderen Hintergrund sehen. Vielleicht werde ich hier nochmal ein bisschen bauen, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ja, es ist echt warm hier, es gefällt mir und danke Revi und ja, ich würde sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen da oben da und ja, schreibt irgendwas in die Kommentare, schreibt, wie cool ihr seid in die Kommentare und ja, ich habe meinen Cap gerade gewechselt, falls ihr euch jetzt wundert, ich kriege immer Kopfschmerzen von dem anderen Cap, deswegen habe ich das Cap gewechselt. Macht's gut, ich wünsche euch was. Heute Abend streamen Craft Attack auf Twitch. Tschüss. Tschüss. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.